herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge minecraft mit eurem erterkurs ja das geht echt langsam so in richtung ende wir schon überlegen ich habe jetzt noch warte mal wir haben heute den das heißt 23 live streams muss ich noch füllen 1 machen wir da und in dem dritten machen wir das dann denke ich mal wird jetzt ab nächster woche gibt es nur noch drei folgen in der woche ich denke mal montags mittwochs und freitags dann kann ich mich mehr auf das modpack konzentrieren und da ein bisschen mehr dran bauen basteln gucken ja machen wir das so dann können wir noch mal so ein bisschen optimieren schreibt mal eure vorschläge in die kommentare was man jetzt hier noch vielleicht noch ein bisschen optimieren könnte und machen könnte und ja genau aber wir fangen jetzt erst mal an hier und wir haben ja noch einen ganzen haufen cubes oder er gesagt zählen die müssen wir ja auch noch mal reinbringen wobei energiemäßig das wird weniger ne die kann an der query liegen da gehen wir lieber von außen ran von oben ist ja egal die energie geht ja nicht flöten wenn wir hier oben ein loch rein machen und und wir haben ja noch immer noch unseren kleinen drakonik speicher output brauchen wir hier nicht noch einen rein machen das dürfte ja reichen ja ja das dürfte eigentlich reichen ich glaube man kann diesen speicher sogar noch größer machen irgendwas war da noch aber ich denke mal die stifter reichen auch der ist immer noch nicht voll können wir gleich mal eben eben hier an da so gehen wir mal ein bisschen bei den kraftigen auftrag machen wir nun mal 100 enriching eloi ich weiß was da fehlt da fehlt red star red das zeug fehlt uns das müssen wir das muss ein bisschen schärmbar war das war ein bisschen schärmbar ne um dies zeug kleiner enriching 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 da das fehlt uns nämlich diese diese platten dann kann er nämlich auch weitermachen und weiter diese kleinen teile craften diese diese zellen und dann können wir theoretische morgen mache ich jetzt noch eine folge und dann ist ja auch schon der live stream da machen wir dann da machen wir dann genau ich weiß was wir dann machen eine ja nicht unbedingt technik reiche aber so eine die wir machen müssen so jetzt müsste nein das war hier hinten das war da der läuft jetzt weiter gut dann macht er die zellen der haben wir hier noch kann ich jetzt nachgucken müssten wir ein müssten wir noch haben ja das läuft das kommt dann auch immer jetzt echt so langsam wird das immer weniger aber hier machen wir vergrößern wir das mal da brauche ich dann noch mb interface und molekular fern haben wir sowas noch keine interface bleibt doch hier haben wir dann zwei müssen wir die machen machen wir uns dann machen wir wird 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 fehlt uns da flug start flug luke luke da brauchen wir die flugs christel das wieder die machen wir ein schatz der tisch in dieser quatsch und wird ach ja ja da hat da der liebe torben ja schon einiges von gemacht da machen wir uns mal ein paar flugs dann können wir dort mal eben flugs fertig machen und ja wie war das denn ja einmal gehen zack ach ja ich sollte schon die magneten ausmachen und kuh zack und dann brauchen wir was war das charged nee charged haben wir auch einen ganzen haufen da hat er auch schon welches reingeschmissen sehr gut gemacht gut gemacht hoch ähm nether very for nether quards und nether quads verwYa Nö! Nö! Aber da sind eigentlich noch so viele Nethererze. Die müssten eigentlich unach gemacht werden. Das ist jetzt dieser ganze kleinen Kram. Nö! Ähm.. Tja... Seid ihr fertig? Also ich muss mal einnehmen und doppelklick und zack und zack. Und ich mache mal an. So. Kommen wir mal runter. Unten haben wir ja den Anschluss zum Crusher. Was schreibe ich denn da? F-L-U. 27, dann haben wir das mal da rein. Dann haben wir Crusher. Müsste das doch sein. Ja, da ist er. Ne, jetzt arbeitet er. Gut. Das arbeitet, das arbeitet, das arbeitet alles. So, jetzt können wir auch das andere Zeugs weitermachen. So, davon wollte ich mir ein paar machen. Und dann machen wir uns davon gleich auch nochmal ein Steckchen. Das passt ja. Und dann brauchen wir vier. Hier. Ja. Und dann. Molecular haben wir noch. Mole. Oh, da haben wir sogar noch einen ganzen Haufen. Bim. 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 Machen wir mal hier so ein Ding rauf. So ein Ding. Und so ein Ding. Und so ein Ding. Und dann machen wir einfach mal erweitern. Dann können wir uns, müssten wir theoretisch noch ein Rezept darauf packen können. ja. Tja. Ja. Ja. Das könnt ihr theoretisch bis ganz nach oben weiterführen. Böööö, das wollen wir nicht. So, wo, so. Ja, wenn wir gucken, das müsste jetzt funktionieren. Der Misch dann war... Nein. Ja, da haben wir. Da haben wir wieder vier Reihen neue Rezepte können wir setzen. Hehe. Und oben rauf, weil es so schön war, Lämmchen. Ui. So, da haben wir noch mal eine Mollikola. Ihr seht, der Platz könnt ihr hier richtig schön noch mehr Rezepte, weil ich werde ja die Map zum Dormelof freigeben. So, die machen wir mal wieder Lippe zu. Hier haben wir auch noch so einiges. Also ich glaube, Gelorium wird uns nicht ausgehen. Sand auch nicht. Was zu essen auch nicht. Huh. Gut. Oh, genau. Mal gucken, wie vor ist denn eigentlich mittlerweile SME? Na jo. Kaum. Das geht eigentlich. So, das haben wir jetzt auch. Hm. Hm. Das ist wirklich blöd. Das ist ja... Ne, das juckt. Das ist ja schon so. Wir haben ja eigentlich... Ja, wie ihr seht, das ist ja kaum noch was. Treppenhaus. Mehr Power. Oh, gucken wir mal. Womit kann man denn noch Power machen? Steam. Können wir Steam Power machen? Hier nochmal ein OP-Fusions-Reaktor aufbauen? Auch nicht. Nein, mehr Power weiß ich. Das weiß ich. Kommt in die letzte Folge. Den T-Bereich verschönern. Also wir haben jetzt da noch die Folge. Dann kann man das mit dem machen. Und in der anderen Folge kann man... Ach nein, das sind ja... Warte mal, was mache ich mir denn für Gedanken? Sabine und Tom sind dran. Huhu. Huhu. Okay. Hehe. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich weiß aber echt nicht, was die machen wollen. Ich habe noch nichts gesagt. Ja, dann. Also der nächste Livestream wird bis jetzt sehr interessant, weil ich habe keine Ahnung, was wir machen wollen. Ich bin mal gespannt, worauf ich mich da eingelassen habe. Gehen wir mal nach vorne. Gucken wir mal, was wir so schönes noch machen können. Da müssen wir noch irgendwas reinbringen. Warte mal. Was war das? Das war polierter Burnt Quarz. Burnt. Block of Cool. Paint. Da ist er. Kann man hier noch mal ein bisschen festzönern. So. So. Wah. Kann man das hier mal hinsetzen? Zack. Ja. Da machen wir mal hier so einen Abschluss. Und da sieht doch, das sieht gut aus. Da haben wir unsere kleinen Trophäen. Noch mehr Trophäen. Buh. Rüstung müssen wir auch noch gleich, müssen wir auch noch hinsetzen. Wartet mal. Hier, da sind wir einfach mal eiskalt. Zwei Rüstung hat sie ja so ein fertig. Und fliegen wir mal rüber, clown geworden. Und da haben wir ein Duft leer. Da. Hä. Da. What the hell. Uh. Uh. Oh. Die sind alle fertig. Jetzt haben wir hier den Dirt. Warum habe ich so viel Dirt? Achso. Ich habe unter dem Block und dadurch gearbeitet. Die sieht auch cool aus. Die nehmen wir auch mit. Nein, sie braucht ja auch was. Sie soll ja nicht ganz nackig rumlaufen. Ähm. Oh. Da kommt ein Baum. Ho. Wir haben auch die Rüstung alle fertig. Nein. Es fehlen ja noch die Draconik-Rüstung. Da müsste ich dann Off-Riskrie machen. Weil. Ich kann die nicht einfach craften. Das geht ja nicht. So. So. Ne. Der muss da nach hinten. Ja. Komm. So. Also. Was ist denn? Mana-Stil. Terra-Stil. Also kommt erst die Mana-Stil. Was ist das? Man-Wave-Ruber. Mann. Ach. Das ist die erste. Das ist die erste. Dann ist das die zweite. Dann kommt die pinke Rüstung. Und dann kommt die grüne Rüstung. Haben wir die auch alle zusammen. Oh. Hui. So. Dann kommen hier dann die Draconik-Rüstung hin. Vielleicht machen wir die noch ein bisschen besser. Oder ein bisschen optischer. Besser. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann haben wir hier unseren kleinen Schrein. Für den kleinen Brand. Als schönes Tattoo. Äh. Schöne Karte. Von Baumhoff. Was man nicht sieht. Und dann brauchen wir Screens. Warte mal. Brauchen wir noch mehr, ne? Mit. Ja stimmt. Da bringt es ja gar nichts. Das ist so viele Waren. Haben wir Screens. Screens. Nee. Das ist ein Falterbuchstabe. Screens. Screens haben wir. Was haben wir dahinter? Da haben wir einen Laborblock. Labor und Labor und Labor und ein Screen und noch ein Screen und noch ein Screen und jetzt muss ich irgendwo den Screen Monitor, wo ist er denn? Den hatte ich doch hier irgendwo. Wo? Ups. Das wird ja gar nicht mehr geschenkt loaded. Darum habe ich solche komischen kleinen Leckprobleme. Achso, das erkennt er nicht. Ähm. Nee, das ist der Falsche. Wo habe ich denn meine Jetta? Ach, das ist ein Item. Achso, hier sind wir. Ach, kein Wunder, dass das nicht verbindet. Habe ich denn hier keine Energieversuchung? Tatsächlich. Nix Energie. Dann brauche ich ein Dimension-Dim-Transziver. Hier haben wir hier ein paar. Kommt hier jetzt einfach ein Dimension-Dim-Transziver hin. Wupp. Wo kommt der da hin? Und dann, was ist der eigentlich eingestellt? Noch gar nichts. Aber hat irgendwie Energie. So. Jo, jetzt geht das wieder. Hier, komm, machen wir mal so. Fertig. Ähm. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Screen... Den müsste ich doch hier irgendwo hingepflanzt haben. Screen-Manager, wo bist du? Oder habe ich den irgendwo doch da in der Nähe? Hm. Den habe ich irgendwo versteckt. Ich muss den nämlich aktualisieren. Damit er die Bildschirme findet. Das ist aber jetzt mal eine gute Frage, wo ich den hingestellt habe. Hm. Wisst ihr das vielleicht noch? Hm. Habe ich den irgendwo da reingebaut? Ich habe den doch irgendwo... Da beim Kehren, was ich den doch versteckt habe. Und wie heißt das Ding nochmal? Rf... Das ist... Nein. Nein. Screen-Controller. Den habe ich irgendwo. Die muss ich haben. Das würde der eine ja nicht gehen. Und ich weiß, ich habe den gesetzt, aber das ist... Schon ein bisserl leer. Puh. Ey, den habe ich doch hier irgendwo hingesetzt. Ich will jetzt den ganzen Baumappel ausfüllen. Aber ihr seid doch eh blödsinn hier. Euch sieht doch eh keiner mehr. Ups. War ich nicht. Vertrauben. Hm. Also, Leute. Keine Ahnung, wo der mischt. Hier ist alles so verbaut. Ah, der muss irgendwo da in der Nähe sein. Hm. Hm. Nö. Der ist ja auch nicht. Ja, falls ihr den Screen-Monitor findet, den Screen-Controller, schreibt das mal in die Kommentare. Das ist schon lange her, die Zero-Energie. Nee, da kann er ja nicht sein. Seht das ja. Hier haben wir nur... Da haben wir einen Wireless-Charger. Hier haben wir die Zero-Point-Module. Und wir sind ganz unten. Ganz unten. Ah. Bad Rock. In der bunten Höhle. Das heißt, irgendwo muss hier ein Screen-Controller sein. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und falls die Folge euch gefallen hat, natürlich Däumchen hoch. Und über ein Abo freue ich mich natürlich immer. Also, bis denn. Tschüss.